Ja, Heinz, ich werde es dir Meinhard ausrichten, deine Grüße. Ja, der hatte sich hingelegt und ich mich natürlich nicht. Ich wollte dir noch ein Verschiedenes erzählen, Heinz, ich bin noch nicht fertig. Ich hatte mir ja nun gestern, das Auto ist ja immer noch in der Werkstatt und ich bin ja notorisch faul. Nun hatte ich den Meinhard, weiß ich, immer gebeten wegen Shampoo, dass der was holt, der ist ja losgerade. Jedenfalls gestern war kein Shampoo mehr da, ich hatte nur noch Spülung. Nun stand da so ein Shampoo in der Ecke, weiß ich, Bio, Bio-Sahna oder was, irgend so ein No-Name-Produkt, ja. Stehe ich also unter der Brause, mache die Haare nass, greife die Flasche. Das riecht so ein bisschen so wie Dusch-das-Sport, also riecht eigentlich ganz gut, ja, so ganz gruscht, so Duft für Männer halt.